Fakt ist, die Enthüllungen werfen viele Fragen auf. Einige möchten wir nun klären mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Markus Beckedahl, schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend nach Mainz. Wir haben also gerade gelernt, der Fernseher übernimmt die Funktion einer Wanze. Wie muss man sich das genau vorstellen, auch bei anderen Geräten? Wir müssen das so vorstellen, dass überall mittlerweile Computer eingebaut sind, Computer in der Regel von Software gesteuert werden. Und Software leider momentan noch nicht so hundertprozentig sicher sein kann, wie wir das gerne hätten. Mit anderen Worten, es kommt immer wieder zu Programmierfehlern. Und diese Fehler werden ausgenutzt durch Hacker, um etwas anderes mit einem Gerät zu machen, als es ursprünglich geplant war. Aber ist es jetzt so überraschend, dass die CIA das kann? Das ist nicht überraschend. Wir wissen bereits durch die Snowden-Enthüllung, dass der amerikanische Abhörgeheimdienst NSA ganz viele Hacker hat, die auf Schwarzmärkten Sicherheitslücken kaufen, diese ausnutzen gegen andere Computersysteme. Wir wissen auch, dass der Bundesnachrichtendienst, unser eigener Geheimdienst für das Ausland, mit Steuergeldern auf Schwarzmärkten das Wissen um Sicherheitslücken einkauft, um andere Rechner zu hacken. Und jetzt halt auch die CIA. Aber was heißt das konkret, mit unseren Steuergeldern auf Schwarzmärkten Sicherheitslücken zu kaufen? Ja, wir haben das Problem, dass früher in der Regel Sicherheitslücken oder das Wissen darum bekannt gemacht wurden, beziehungsweise Herstellern mitgeteilt wurden, damit diese Lücken geflickt wurden. Heutzutage haben sich leider Schwarzmärkte gebildet, wo Unternehmen das Wissen um solche Lücken für noch viel mehr Geld als die Herstellerzahlen aufkaufen, um es dann an kriminelle Organisationen und Geheimdienste weiter zu verkaufen, die das Wissen um diese Lücken dann ausnutzen, um ja quasi im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit zu schaffen und Rechner zu hacken, egal welcher Art. Also Unsicherheit statt Sicherheit. Der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, bezeichnete das Vorgehen ja auch als massiven Angriff auf unsere IT-Infrastruktur. Sehen Sie das ähnlich? Ja, das sehe ich ähnlich. Wir haben ein ziemliches Problem, dass halt im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit geschaffen wird. Wir haben ein ziemliches Problem, dass wir eigentlich unseren Computern nicht mehr vertrauen können, weil unklar ist, ob da jetzt Sicherheitslücken drin sind, ob diese ausgenutzt werden. Und wenn das Ganze auch noch das System der Unsicherheit mit unseren Steuergeldern bezahlt wird, dann haben wir ein ziemliches Problem bei der Zukunft unserer digitalen Gesellschaft. Ja, Big Brother ist sozusagen allgegenwärtig. Was kann ich denn als Normalverbraucher machen? Also als Normalverbraucher sollten Sie immer zusehen, dass Sie Updates einspielen, dass Sie neuere Versionen verwenden, nicht alte Versionen, die in der Regel mehr Sicherheitslücken haben. Wenn Sie Kameras haben, können Sie Kameraabdeckungen verwenden, um die auszuschalten oder zu verdunkeln, wenn Sie die Kamera gerade nicht brauchen. Und dann sollten Sie überlegen, ob Sie sich jedes neue Gerät einfach mal so kaufen, was beispielsweise ein Toaster mit Mikrofonsteuerung sein könnte. Weil wenn Sie so einen Toaster dann in der Küche haben, wissen Sie halt nicht, was der Computer da drin macht und ob nicht gerade das Mikrofon verbunden mit dem Computer einen Livestream aus Ihrer Küche irgendwo ins Internet schickt. Ziemlich komische Vorstellung. Also IT-Sicherheit ist kein nice to have, sondern ein absolutes must to have. Markus Beckeda, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, was...